Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Wahlheim. Ich bin Flex, schön, dass ihr mit dabei seid ihr Lieben. Ja, äh, Sonnenaufgang in den Ebenen. Ein neuer Tag bricht an und wir sind bereit gleich aufzubrechen zu unserer nächsten, äh, Ebenen Erkundungstour auf der Suche nach weiteren Koboldlagern. In der Hoffnung noch mehr Kobold Totems zu bekommen, denn uns fehlen ja noch vier Stück für die Beschwörung des letzten Bosses, wobei ich jetzt nicht unbedingt hetzen möchte, den jetzt groß zu beschwören, aber ich möchte zumindest wissen, wo wir noch Kobold Totems bekommen können und ob hier oben überhaupt noch ein paar Koboldlager sind. Das eine hier, das wissen wir, da gehen wir als erstes hin, das haben wir ja schon markiert und dann gucken wir mal, ob hier oben überall jetzt nur noch Schneebiom kommt und wo hier überhaupt noch Ebene ist. Nicht, dass wir gar nicht genug Koboldlager in der Nähe haben und vor allem, es droppt ja auch nicht jedes Mal irgendwie so ein Kobold Totem. Das findet man ja nicht überall. Also, auf geht's. Ja, wir sind soweit auch vorbereitet. Letzte Folge hatten wir uns schon soweit vorbereitet für die Tour. Nur hat das Bauen ein bisschen länger aufgehalten von diesen Aufgängen hier, aber dafür sehen sie auch schön aus. Wir haben vernünftige Eingänge jetzt. Aber gut, ziehen wir los, bevor der Tag dann doch schon wieder zu weit, äh, voranschreitet hier und wir dann dunkel unterwegs sind. Na, kleines Loxi, genießt da auch ein bisschen die Morgensonne. Wir auch. Gegessen haben wir gut, ausreichend gefrühstückt. Ah, wir haben nicht den, na gut, jetzt ist auch egal. Jetzt den richtigen Buff haben wir nicht. Wir sollten immer noch den Buff vom Knochenwanz holen. Und den Drachen, Kopf der Drachenkönigin, Drachenmutter müssen wir mal noch aufhängen am Ritualpunkt, um zu gucken, was für einen Buff das bringt. Aber jetzt ziehen wir erstmal los. Jetzt ziehen wir erstmal so los. Das geht auch so. Genug Pfeile haben wir dabei. Heiltränke sind dabei. Gut gegessen haben wir. Ausgerüstet ist alles. Voll ausgeruht. Mehr geht nicht. Welt speichern. So, dann gehen wir noch einmal hier hoch, gerade drauf zu schon mal. Wollte ich auf jeden Fall lieber von der anderen Seite rankommen möchten, weil ich möchte nicht, dass wir von unten irgendwie so jetzt berghoch aufs Koboldlager zulaufen. Ich möchte von einer erhöhten Position auf das Koboldlager zu kommen. Dann können wir nämlich schön mit Pfeil und Bogen wieder ein bisschen die Kobolde nach und nach da so versuchen rauszulotsen. Besonders aufpassen müssen wir natürlich immer noch vor den ollen zwei... Da kann ich hören, 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 todes Kido. Aufpassen vor allem, was zwei Sterne hat bei den Kobolden. Die sind immer noch super gefährlich. Und das, obwohl wir alles auf Stufe 4 haben, ne? Muss man sich mal vorstellen, wie stark die dann immer noch sind. So, da haben wir noch mehr, aber Loxe interessieren uns jetzt erstmal nicht. Wir wollen jetzt keine Loxe jagen. Lox-Jagd ist jetzt nicht angesagt. Das ist jetzt die Kobold-Jagd, ist jetzt angesagt. Ja, und den ein oder anderen Todes-Kido müssen wir natürlich mitnehmen, weil die sowieso angeflogen kommen. Ne? Zong. Ja, bumm, da brummt der Lox. Da ist das Koboldlager. Da ist es. Koboldlager voraus. Wir kommen von hier schon erhöht rein. Das ist aber super. Ich wollte sagen... Ich höre doch noch was. Wow, der war aber schnell weg. Der war aber schnell wieder weg. Komm her, du alles Viech. Ich wollte gerade noch sagen, wir müssen erstmal gucken, dass wir hier oben auf jeden Fall... ...dass uns hier nichts in den Rücken fällt. Dem Leuten flitzt noch einer rum. Komm her, du wirst doch... ...und zwar noch sowieso auf extrem große Entfernung angelockt, wieder hier. Komm. Hallo. Äh, Todes-Kido? Ist denn mit dem? Ah, jetzt... Ja, ja, da freut sich der Kobold schon. Wir uns auch. So, okay. Erstmal vorsichtig einen Blick riskieren. Erstmal kurz die Ausdauer auf jeden Fall schon mal voll machen. Pfeile ausrüsten wäre auch super. 100 Stück haben wir. Okay. So, da steht einer. Da steht einer. Da steht schon mal ein Dicker. Ja, komm mal ein bisschen. Auf dem Turm stehen sie auch. Da hinten kommen noch zwei gelaufen. Oh, da kommt noch ein Dicker. So, jetzt wollen wir mal gucken, den hier unten. Den machen wir erstmal. Der hat einen Speer in der Hand, so wie das aussieht. Ha! Den hat mit dem Schleichschadensbonus gleich erwischt. Wo ist der andere jetzt? Nicht zu sehen. Da oben auf dem Turm steht noch einer. Und da steht noch auch einer. Den hat's auch erwischt. Wenn's die gleich erwischt, dann wissen die nicht, von wo das kommt. Dann merken die das gar nicht. Das ist gut. Aber ihr braucht... Wie viel Fähigkeit haben wir denn? Was haben wir denn auf Bogen? 44, gar nicht schlecht. Gar nicht schlecht. Mehr als auf der stumpfen Waffe sogar. Da oben steht noch einer. Bisschen einsam. Nicht wegzappeln. Ist auch gleich geplatzt. So, da stehen mehrere. Die kriegen es dann bestimmt... Dann kommt natürlich der eine angelaufen bestimmt. Aber egal. Es sind schon einige. Oh, daneben. Das ist natürlich kritisch. Das darf gar nicht passieren. Jetzt kommen sie. Zumindest die beiden da. Oho, das hat schon mal gesessen. Oho. Machen wir mehr Schaden? Auf... Autsch! Auf einmal? Oder weil wir so gut ausgeruht sind. Und so schön... Schön gut gefrühstückt haben. Oh, da hat... Ich wollte schon sagen, hat der das auch gemerkt? Nee, der hat nichts gemerkt. Der ist nur vom Turm gefallen. Das kann doch nicht sein. Nein! Da schieß ich vorbei auf die Infernung. Jetzt kommen sie alle drei. Und da ist ein Sternchen dabei. Oho, oho, oho. Sterne Kobold. Sterne Kobold. Und auch noch ein Speerwerfer. Sterne Kobold. Zum Glück nur ein Stern. Aber das ist auch noch gefährlich genug. Oh, hat uns der normale erwischt. Das geht noch. Oh, und Sterne Berserker. Ähm... Rückwärtsgang. Etwas... Schade, dass sie sich nicht gegenseitig treffen können. Wenn er da so mit seiner Keule rum... Fuchtel. Das wäre super. Au! 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 Gar nicht gut. Überhaupt nicht gut. Irgendwie müssen wir den... Irgendwie müssen wir den Kleinen wieder loswerden zuerst. Eigentlich. Das war schon mal gut. Oh, 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 oh. Er hat uns erwischt. Der Speerwerfer hat uns erwischt. Und noch mal. Und ich treffe ihn gar nicht. Mehr. Jetzt komm schon. Er hat mich noch mal erwischt. Zeit für einen Heiltrank. Das läuft gerade gar nicht so gut. Heiltrank! Trink einen Heiltrank! Warum trinkt er den nicht? Endlich. Weg, 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 weg. Oh, 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 oh. Sterne sind so gefährlich. Alles, was ein Sternchen trägt. Selbst der Einsterne-Kobalt macht noch so viel Schaden. Endlich, da ist er weg. Das hat jetzt aber schon viele Pfeile gekostet. Ich glaube, den riskieren wir jetzt auch hier im Nahkampf, den dicken Mal. Mal gucken. Muss man nur... Wir müssen nur schaffen... Au! Au, oh! Einer zu viel. Oh, ich dachte, er schreit nur. Oh, ich muss das... Oh, das ist nicht gut. Wenn man die... Erstmal sollten wir uns das Angriffsmanöver von denen mal angucken hier. Der schreit also nicht nur. Der haut da noch drauf. Ne, dann schreit er nur! Okay. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Den können wir nicht blocken, weil er einen Stern hat. Oh, der macht zu viel Schaden. Der haut uns das Schild weg. Da ist nichts mit blocken. Okay, du musst leider mitfeilen. Oh, Mann. Oh, Mann. Von wegen. Wir machen erstmal mehrere Kobold-Lager. Ach. Puh. Obwohl, so... Das wäre ja... Hätte ich nur mehr Feile mitnehmen müssen. Das ist nur das. Also, ich dachte, 100 Feile sind ja schon ganz gut. Aber da haben die auch einen Stern... Da haben wir doch vorher noch nicht gehabt, dass die einen Berserker mit einem Stern haben. Einen dicken Berserker-Kobold. So. Müssen wir den Marker auch nochmal ein bisschen umsetzen. Ich habe den ja auf die Distanz nur markiert, das Kobold-Lager hier. Passt gar nicht ganz. Das ist eher mehr so da, so ein bisschen. Wobei, wenn wir es leergeräumt haben, können wir ihn eh wegmachen. Oder eigentlich können wir... Hätte ich einen Stern-Dich-Marker stehen lassen sollen und durch. Aber naja, gut. Das ist auch echt schlimm. Man sieht ja, wenn man... Dass es dann leer ist, wenn man da vorbeikommt. Denn sie hätte sich die Marker stehen lassen sollen und durch-ixen auf der Karte. Wie bei den... Krypten und Kruften. So, jetzt aber mal hier wieder einen Schleichschaden, bitte. Ja! Die, die, und für dich da oben auch. Ja! So läuft das gut. Steht da noch einer rum? Ne, da liegt irgendwas. Da blinkt irgendwas da oben auch. Da haben wir uns schon alle erwischt. Da blinkt's auch schon. Da auch. Da hinten steht noch einer. Gut, natürlich dick in deiner Mitte. Und da hinten ist noch einer. So ein Berserker. Oh, 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 oh. Da ist noch ein Wachturm. Wird tun. Erwischt. Es wird dunkel. Es wird zu dunkel. Mmh, mmh. Ich höre noch was, aber ich sehe ihn nicht. Wo wird hier noch gekichert? Nein! Kommst du denn jetzt her? Ah, Mistvieh! Okay. Okay, okay, okay. Läuft aber doch ganz gut. Nur mal gucken, dass einer von denen hoffentlich da irgendwo einen Koboldtotemann kriegen lassen. Sie können jetzt auch nicht hier weggehen. Sie müssen das jetzt leer machen hier schnell, damit dann nicht da irgendwas nachher despawnt oder so, wenn wir jetzt verschwinden. Aber so schnell geht das eigentlich nicht. Aber trotzdem. So, gucken wir schon mal, was liegt hier. Hier liegen aber nur Münzen und ein bisschen Schwarzmetall, ne? Da oben liegt noch ein Todes-Kito-Stachel, sehe ich gerade. Zack. So, da liegt nur ein bisschen Schwarzmetall und ein paar Münzen auch wieder. Okay, schleichen wir erstmal und machen erstmal den... Wo ist denn der jetzt hin? Der hier eben in der Mitte stand, äh... Ist gegangen, oder wo ist der hin? Ne, hier vorne sitzt er jetzt. Hier, hier, da ist er. Ja, 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 ich hab dich gesehen. Brauchen mehr Ausdauer. Ausdauer, Ausdauer, Ausdauer. Da blinkt ganz viel, hoffentlich da ein Totem dabei. Oder hat er sogar einen Berserker verloren? Ich weiß es nicht mehr. Dass der erste Schleich Schaden macht, ne? Und auch so, weil er keinen Stern hat. Das ist ein Unterschied, ist... Schon zu einem... Der andere hatte nur einen Stern. Komm schon, das Gift. Ja, das Gift. Komm, puff, platzen sollst du, Berserker. Oh, ungünstig. Da reicht's ja, jetzt gibt's da jetzt keinen besonderen. Und da kommt noch jemand mehr mit. Bist ein normaler Kobold? Ja, du bist ein normaler Kobold. Das ist sehr schön. Dann können wir die nämlich gleich mit dem... Au, mit dem Stachelschwein machen. Aua! Jetzt reicht's aber. Oha, nur noch zwei Schläge. Für so einen normalen Kobold. Da kommt noch einer. Moment, hier geblieben. Nicht weglaufen. Ja, genau. Irgendwie war der ein bisschen kleiner als die anderen, oder? Der ist ja so winzig aus dieser... Genau dieser Kobold hier. So, gibt das alles her. Oh, 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 nein. Der Schamane. Schamane ist nicht gut. Schamane ist gar nicht gut. Schamane ist maximal ungut. Maximaler Sicherheitsabstand. Er scheint aber da hinten stehen geblieben zu sein. Und von euch... Ja, er ist, glaube ich, da hinten stehen geblieben. Dann ist es gut. Dann ist es gut. Oh, oh, oh. Au, nicht gut. Keine Ausdauer ist nicht gut. Da freust du dich. Da freust du dich. Aber zu früh. Moment. Nimm das. Das wird zu dunkel. Zu dunkel. Wir müssen die Lampe anmachen, aber dann haben wir weniger Rüstung. Aber auch nur ein bisschen. Das geht schon. Okay. Okay, da hinten ist noch der Schamane. Oder hat der das totempfallen lassen? Ich weiß es gar nicht mehr. Nee, es war der Zwei-Sterne-Kobold, ne? Dö, 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 dö. Oh, hier wird aber noch viel gelacht. Vorsichtig ranschleichen hier. Wir sind auch nur noch zwei Minuten voll... Nur noch eine Minute voll ausgeruht. Schleifstein haben die hier. Da ist der Schamane, da ist der Schamane Den müssen wir auf jeden Fall erwischen Der muss auf jeden Fall mit dem Schleichschutz hier mit dem Bonusschaden getroffen haben, damit der gleich weg ist Ich hoffe, den erwischt es auch gleich Da ist Schleich, da Kann man kaum sehen Er hat es überlebt Ne, doch nicht Das hat ihn erwischt Oh, vorbei, das ist wieder schlecht Okay, ich hoffe mal Ne, sehr schön, alles beides normale Dass wir sie zurückstoßen, ist auch wirklich so super Weil man die so nach hinten schubst Aber es dürfen noch nicht zu viele auf einmal sein Und vor allem, wenn es die Kombination ist, aus Nahkämpfern und Speerwerfern Dann wird es gefährlich Hier sind immer noch welche unterwegs Da Nein, der Schamane ist noch da Hat er sein Schutzschild angemacht? Oh, oh, Feuerkobold Au, 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 au Rückzug Strategischer Rückzug Oh, wir müssen essen Essen, essen, essen Oh, oh, au, heiß Aber wir wissen, das Feuer brennt ja gar nicht so heiß Ist, 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 ist ein mittelheißes Feuer Was die Kobold haben Oh, oh, oh Aber keine Ausdauer haben ist immer schlecht So Ah Okay, aber nochmal frisch was gegessen Die haben dauernd rennt mehrere Schamanen rum Oh Gott, was sind das für ein Koboldlager Ist aber cool, dass die schon so sind, ne Dass man die nicht so schnell einfach so mal durchspaziert hier Dass man hier wirklich ein bisschen vorsichtig rangehen muss So, wo seid ihr jetzt hier, fiesen, wiesen Schamanen Aber irgendwas haben wir noch da erwischt Das war auch, war auch ein Schamane Oh, irgendwer hat uns gesehen Der da Du hast uns gesehen Da schleicht der Schamane, da ist er wieder Da kommt er wieder aus seinem Versteck Hat er uns auch gesehen Irgendwer hat uns auf jeden Fall gesehen Wir sind nicht versteckt gerade Jetzt sind wir wieder versteckt Jetzt seh ich den Schamanen aber auch wieder nicht mehr Ich hoffe, ihr seht aber auch noch was Tut mir so leid, wenn das jetzt zu dunkel ist Aber wir können ja nicht wirklich mich mittendrin abdrehen Wir sind extra morgens losgegangen jetzt Da ist er Der hat aber noch gesessen Bevor er seinen Ja! Bevor er seinen Zauber fertig machen konnte Wie schwer sind wir beladen? Oh, wir sind sehr schwer schon wieder beladen Wir haben so viel Schwarzmetall Das brauchen wir eigentlich gar nicht mehr Davon lassen wir sogar was hier dann im Notfall Und dann im Späteren kommt das nächste Update Dann brauchen wir ganz viel Schwarzmetall Der hat es noch nicht gesehen Der auch nicht Da ist noch einer Da ist der andere Schamane Okay, kurz Ausdauer holen Und da oben dann noch der Und da müssen wir mal gucken Aber bis jetzt noch kein Totem, ne? Bis jetzt noch kein Totem Da schieß ich vorbei Schnell! Wenn man zwei schnelle Pfeile, dann geht's Okay, und wer hat uns da gesehen? Nein! Da ist er! Da ist er! Okay, dem müssen wir einfach nur ausweichen Und dann zuhauen Wir sch- Au! Au! Oh mein Gott! Oh! Jo! Okay! 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 Oh ne! Oh ne! Auch noch wieder ein Todeskito angelockt Oh, weg vom Stein! Weg vom Stein! Egal, den Todeskito müssen wir jetzt ignorieren Der soll uns ruhig zwischendurch pieksen Das ist mir egal Man ist der schnell Weil so ein Todeskito-Pieks, ne? Der ist gar nicht mehr so tödlich Okay, 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 okay Moment, wir müssen erstmal ein bisschen mehr auslaufen Wir sind nämlich nicht mehr ausgeruht Oho, das war knapp So, weg mit dir Im Vorbeigehen Oho, wenn der uns noch einmal erwischt Dann liegen wir hier Oh, wei Oh nein, oh nein, oh nein Ne Kobold-Patrouille nachher noch im Dunkeln hier Nochmal erwischt Hau ab, hau ab Hau ab Oh je, oh je, oh weh Puh Okay, der war gut Der war gut Ja Lauf nach Hause Oh Mann Komm schon Nee Oder liegt hier irgendwo was? Nee Totem, Schwarzmetall Geh mal weg Trophäe weg Hier blinkt nichts mehr Nee Wir haben alles Oh Mann Oh Mann, oh Mann, oh Mann Okay, wir müssen ganz kurz mal hier langsam da hochschleichen Und dann schmeißen wir mal ein bisschen Schwarzmetall hier irgendwo so ne Kiste Damit das hier nicht rum blinkt und mich verwirrt Hoffentlich ist irgendwo da oben schon ne Kiste Und hier Gerste Sehr schön Aber kein Totem Bis jetzt kein Totem Und ich glaub, wir haben auch nur noch ein Nee, doch nicht, da kichert es Wir haben nur noch ein Kobold hier Äh, ein Berserker So, wir packen erstmal alles kurz hier rein So sieht das aus Außer das Das nehmen wir mit Gerste Die Gerste kommt gleich mit Damit wir die Taschen wieder frei Oh Frei haben und hier alles einsammeln können Gerste, Gerste, Gerste Weißt du, war so viel im Dunkeln unterwegs Auf YouTube ist das ja immer noch Ich meine, Warnheim ist nicht ganz so dunkel Aber immer noch dunkel So, da oben ist jetzt Der Dicke Berserker Was kommt da noch? Noch ein Sternekobold Oh, die Sonne geht wieder auf Die Sonne geht auf Neuer Tag Komm jetzt her hier Selbst der Einstern kommt mir jetzt schon harmlos vor Hoffentlich haben wir noch genug Pfeile Weil ich auch immer die Hälfte daneben schieße Hast du auch einen Stern? Ja, ne Okay, dann Wieso haut denn der so durch auf einmal? Ich gebe das mal alles her Letztes Mal konnten wir den Oder war es zufällig, weil es ein perfekter Block war Beim letzten Mal Weil Das doch Der sieht doch Normal aus Hat doch keinen Stern Roms Oh, zum Glück die Sonne kommt raus So Den haben wir auch Wie viele Pfeile haben wir noch? Drei Ah Ähm Okay Wenn wir jetzt kein Wenn wir jetzt hier nichts finden Oder noch viele Gegner Da müssen wir tatsächlich doch umdrehen Weil ohne Pfeile Kommen wir hier nicht weit Gerste Sammeln das ein Oh, der nächste Kobold So, was haben wir hier? Ganz viele Münzen Keine Totem Huh, was? Huh, what? Ah War gar nicht geplant So, da ist nichts drin Da unten haben wir unsere Sachen reingestopft In die Kiste Was haben wir hier? Das nehmen wir auf jeden Fall mit Schwarzeisen Wie gesagt, lassen wir erstmal Und wenn nicht, können wir es später noch ab Und die Kisten Das bleibt ja gefüllt hier in den Kisten Wenn wir da was reintun Das despawnt nicht Sollten wir also nach Irgendeinem zukünftigen Update Hier ganz viel Schwarz Metall brauchen Haben wir es schon Auch nichts Ne, ich würde sagen Wir sind einmal rum Um das Kobold Lager hier Und einmal durch Sind wir auch komplett Da unten ist noch Noch ein Feld Das hat sich auf jeden Fall Dafür aber gelohnt Schon allein Wie viel Gerste Wir hier mitgenommen haben Jetzt Und wie viel Schwarz Metall wir hier dann noch haben Was wir hier ruhig lagern Erstmal sogar tatsächlich Das nehmen wir jetzt nicht mit Das kann hier ruhig bleiben Aber Tatsächlich kein Totem Ne Irgendwo rumstehen können die ja nicht Einfach so Hier das jetzt hier irgendwo Eins steht In einer von den Hütten Dass wir das einfach so mitnehmen Können Sieht nicht so aus Okay und hier sieht's Oh 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 Und hier sieht's auch nicht mehr Weiter nach Ebenen aus Sondern hier sieht's aus Als wenn hier jetzt die Entweder Dunkel Äh Quatsch Schneebium anfängt Oder Nebelwald Oder Nebelwald da unten Oder Nebellande So rum Nebellande Also kommt in der Richtung Hier auch Auf jeden Fall schon mal Kein Koboldlager mehr Keine guten Nachrichten Die laufen ein Stück hier unten Noch den Den Rand so ein bisschen ab Aber wir sind nicht mehr ausgerufen Wir sollten eigentlich umdrehen Den nehmen wir jetzt noch mit Hier hat uns eh schon gesehen Komm her du Todeskito Und dann sollten wir umdrehen Zurück nach Hause Ausruhen Und dann Hier lang Aber erstmal zurück nach Hause Und ausruhen Noch ein Todeskito Ich war schon so paranoid schon So Auf geht's Ich würde sagen Lieben Leute Wir kommen auch langsam Hier zum Ende Dieser Folge Die ist dann vielleicht etwas kürzer Aber ja Das eine Koboldlager Hat noch lange genug gedauert Muss man sagen Ist aber super Dass die nicht ganz so einfach Das nächste Oder da hinten Super Dass die nicht ganz so einfach Leer zu räumen sind Hier machen wir jetzt auch mal Das Kreuzchen drauf Und dann passt das Dass man da ein bisschen Kämpfen muss Und das auch Echt sogar teilweise Wie man gerade gesehen hat Auch richtig gefährlich werden kann Mit so einem Zwei-Sterne-Kobold Ähm Ja in der nächsten Oh Mistiges Vieh In der nächsten Folge Mal schauen Werden wir vielleicht ein bisschen Vielleicht werde ich schon mal Ein bisschen offscreen Gucken Dass wir vielleicht hier Schon mal was entdeckt haben Dass wir schon mal wieder Zielstrebig irgendwo Hinlaufen können Ja und dann gucken wir mal Dass wir das nächste Koboldlager Vielleicht schon angehen Das wäre erstmal nochmal Eine zweite Erkundungsfolge Nacheinander machen Und damit wieder ein bisschen Weiter gebaut Äh und dann Mal schauen Erstmal müssen wir sowieso Die fünf Totems Äh fünf Totems haben Bevor wir über hier Unten über den Nächsten Boss Sowieso auch nur Im Ansatz nachdenken können Wie gesagt so eilig Habe ich es damit auch Jetzt noch gar nicht Aber gefunden haben Möchte ich die Totems Erstmal Und wissen möchte ich Ob wir hier irgendwo Genug Äh Koboldlager In der Niehe haben Ja wie immer Lieben vielen vielen Dank Fürs dabei gewesen sein Fürs Zusehen Wenn euch diese Folge Gefallen Einen Kommentar Und wenn ihr jetzt Gerne mehr Und lasst ein Abo da Da würde ich mich Aber an der meisten freuen Sonst kann ich noch Sagen wir mal Die bleibt gesund Und tschüss Und bis zur nächsten Folge